Ahahahahaha! 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 Da hast du! Nein! Ich meine, äh, hau auf! Oh, woher wusstest du das? Es gibt nichts, was ich nicht kommen sehe. Oh! Ach ne! Hä? Entschuldige! Ich hab auf dich gezielt, aber... Bringt mich einfach nach Hause! Nach Hause? Aber wir haben Schneetag. Und zwar den allerersten in Meertime Bay. Perfekt, um ihn mit Freunden und Feuern zu verbringen. Nur weil er neu ist, muss er nicht unbedingt gut sein. Was? Ja, es ist anstrengend, wenn so viele Ponys zusammen im Schnee spielen. Wie wär's mit nem ruhigeren Ort? Ne, das reicht bei mir. Oh, vielleicht der Galopphügel? Auf geht's zum Abschwung, Ponys! Juhu! Kannst du ein Stück rutschen, Senior B? Galopphügel, wir kommen! Viel ruhiger! Richtig, Posey? Ich bin ein Erdpony, kein Pegasus! Ich bin ein Erdpony, kein Pegasus! Sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? Äh, Posey? Sieh dich um! Puh! Hier vor mir befindet sich die vollständige Liste mit allen guten Schneetag-Aktivitäten. Uh, sogar Schneeponys? Schneeponys? Natürlich steht genau hier auf meiner Liste. Gut, wenn wir alles schaffen wollen, müssen wir loslegen. Juhu! Ja, Schneetag! Juhu! Schneetag! Punkt eins ist, was Pip sagte und definitiv vorher auf meiner Liste stand. Schneeponys machen so viel Spaß! Damit sie Huftag-Schneetastisch werden, braucht man lediglich... ...ne Menge Schnee! Ganz einfach, roll so viel Schnee, wie du denkst, dass du brauchst und dann... ...verdreifache ihn! Je größer, desto besser! Je größer das Schneepony ist, desto mehr Accessoires kann man hinzufügen. Ah! Den ganzen kalten Schnee antatschen? Äh, äh, bei meiner Hufe nicht. Wer will denn schon frostige Hufe haben? Ich weiß was Besseres. Mit ein klein wenig Einhorn-Magie kann man einfach alles aus Schnee machen. Hahaha! Einfach alles! Hahaha! 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 Nee, nicht so! Ihr Ponys macht das ganz falsch! Es geht nicht darum, Sachen mit dem Schnee zu machen, sondern auf dem Schnee zu machen! Wie? Tu es nicht, tu es nicht! Bitte, bitte sprich es nicht aus! Mein Snowboarden! Das ist... ...mein... 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 Beim Snowboarden geht es um Stadthaftigkeit, Kontrolle und Disziplin. Es geht um Anmut, frei zu sein und Spaß zu haben. Aber vor allem... Ah! Ah! Darum nicht hinzufallen! Wir könnten auch Schlitten fahren! Eine Schneeballschlacht! Oder... ...Schnee-Eis! Es schmeckt ultra lecker, Posey! Ah! Manche Ponys mögen vielleicht einfach keinen Schnee. Das ist es! Und genau so stelle ich mir den Schneetag vor! Hahaha! Wow! Wow! Okay, Ponys! Man wird jeden Moment zum Ernte- und Umarmungstag hier rein traben! Alles bereit? Izzy Tee! Check! Karottenkuchen? Check! Check! Zeremonieller roter Teppich? Check! Total gefühlvolle Erntemusik? Check! Und Sparky, du hast die Ehre, die hier zu spielen, wenn Mom ankommt! Also achtet darauf, dass alles perfekt hoch eine Million ist und legt dann einfach noch eine Heugabel drauf! Okay? Super! Pipp, wieso bist du so nervös? Es geht doch nur um Königin Haven, die schon viele Male hier war! Ernte- und Umarmungstag ist ein großes Ding in Seffel Heights, vor allem für Mom! Wer möchte Karottenkuchen? Es muss einfach perfekt werden! Verstanden! Äh, keine Sorge! Wenigstens haben wir noch den Tee! Tja, zumindest ist Königin Haven noch nicht da, also haben wir noch viel Zeit! Okay, das war's dann wohl! Gut! Uns bleibt wohl nur noch eines! Patti! Pipp! Pipp! Tief durchatmen, wir schaffen das! Du und Zip gehen zur Tür und die anderen kümmern uns um den ganzen Rest! Schon gut! Kuchen müssen doch beim Durchbacken Feuer fangen, nicht wahr? Ich bin ziemlich sicher, das liegt gerade im Trend! Riecht meine Männer nach verbrannten Karotten! Ihr süßen, freulichen Ernte- und Umarmungstag! Willkommen, Königin Haven! Äh, ich meine, Königin Haven! Äh, Mom! Ähm, wundervolles Wetter heute, oder? Hätte ich gerade gefilmt? Kommt das dann auf Clip, Trott? Psst! Äh, hier lang, Mom? Wow! Äh, was für ein einzigartiges Buffet! Eure königliche Hufheit! Oh! Vielen Dank! Wir haben hier eine exquisite Auswahl an klassischen Ernte- und Umarmungsteesorten frisch zubereitet von der Meisterteeköchin Izzy! Habt ihr auch Holunderbuschelblast? Ist ein Klassiker aus Safarheit! Nun, er wurde mit Sicherheit nicht bevor ihr kam vom Feuer vernichtet! Holunderbuschelblast, Tee! Kommt sofort! Haha! Etwas davon und hiervon und von dem! Okay, das geht schon irgendwie. Jetzt noch etwas rühren! Ist das vielleicht ein neues Rezept? Oh nein, natürlich nicht! Nur eine gute, altmodische, bewährte Tradition! Ah! 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 Bier ist müh! Nicht wahr? Der Karottenkuchen Nummer zwei ist bereit für den, äh, kaputten Ofen? Ah! Wie sollen wir einen Kuchen backen, wenn wir keinen Ofen haben? Äh, eine Sekunde. Ich hab da vielleicht ne Lösung. Du hast einen dieser Back-I-Boo-Ofen! Ich hab früher Ernte- und Umarmungstag Feenkuchen gebacken. Ich war empfohlen. Bin nicht stolz drauf! Oh, ich finde es süß! Okay, dann legen wir los! Mh, dieser Karottenkuchen riecht einfach göttlich! Sip hat mir das Familienrezept beigebracht, also sollte er köstlich sein! Es tut uns so leid, Mom! Wir hatten alles vorbereitet, doch dann hat es gebrannt, der Tee ist explodiert, der Kuchen hat sich aufgelöst und jetzt ist dein Feiertag ruiniert! Pip, mein Liebling, komm runter! Du hast überhaupt nichts ruiniert! Du trägst den traditionellen Karottenkuchen als Gesichtsmaske, also war das nicht gerade ein Erfolg! Du glaubst, ich mag den Ernte- und Umarmungstag wegen dem Karottenkuchen? Ähm, irgendwie schon. Nun, er ist köstlich, aber nein! Hör zu! Als ich ein Fohlen war, ist der Ernte- und Umarmungstag der einzige Feiertag gewesen, an dem die ganze Familie stets zusammenkam! Ich liebe diesen Tag so sehr, weil wir immer alle zusammen waren! Wisst ihr, meinetwegen könnten wir auch genauso gut Matschkuchen und Wurmsuppe essen! Also, das kriege ich hin! Kommt schon, Ponys! Lasst uns alles, was wir an Essen finden, auf dem Tisch sammeln und dann schaffen wir gemeinsam ein paar tolle neue Erinnerungen! Sparkey, würdest du uns die Ehre erweisen und das Festmalt starten? Nein, tu das nicht! Lauf! Kürbis-Lavine! Eine echt gute Kürbissaison. Vielleicht ein wenig zu gut. Was macht man überhaupt mit so vielen Kürbissen? Irgendeine Idee? Keine Ahnung, aber ich kann meine Follower fragen! Vielleicht eine Idee von dir selbst? Ähm, was soll das bitte bedeuten? Du fragst ständig deine ganzen Pipsqueaks um Hilfe! Vielleicht solltest du endlich mal darauf vertrauen, dass du selbst eine Idee hast! Äh, klar doch! Ich denk mir natürlich auf der Stelle was aus und die Ideen sprudeln nur so was ab! Jede Sekunde! Sieiiiiiii! Äh, 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 äh! Spitzende Idee, Sparky! Jedes Ponyliebkürbis-Kutschen! Genau genommen, sagt die Mehr-Time-Bay-Verordnung 927 eindeutig! Fahrzeuge dürfen nicht aus Gemüse hergestellt werden! Was? Ich hab die nicht gemacht! Uh, diese Kürbisse sind ja der reinste Luxus! Ein Glück kann Sparky die Kutsche zurück verwandeln! Ist leichter als einen Kuchen zu backen! Natürlich! Lasst uns aus diesen Riesen-Kürbissen gigantische Kuchen backen und dann ein Bettessen veranstalten! Uh, klingt nach nem Follenspiel! Oder ein Spiel für Follen? Egal! Auf jeden Fall lecker! Uh, was geht hier vor? Warum ist es hier drin auf einmal so kürbisartig? Hallo? Jemand da? Hallo? Meine Pipsqueaks! Du fragst ständig deine ganzen Pipsqueaks um Hilfe! Nein, Moment! Ich kann das allein schaffen! Zip liegt falsch! Ich brauche nicht jedes Mal meine ganzen Fans! Ich krieg das auch wunderbar allein! Ach, das war der letzte, Izzy! Frühstück, Butler-Bot? Lass uns ein paar Kuchen backen! Das ist die finale Runde des ersten jährlichen Maritime Bay-Kuchenbett-Essen! Nur zwei Ponys sind übrig! Bereite die Kuchen vor! Frisch auf dem Ofen! Viel Spaß mit dem letzten Kuchen! Hab niemals dran gedacht, mein Sona bei einem Kuchenbett-Essen zu sein! Und mit Sicherheit nicht als der Kuchen selbst! Ich muss davon raus! Oh nein! Eine feste Kruste! Das erste Pony, das aufgegessen hat, gewinnt! Auf die Plätze! Fertig! So köstlich! Los! Jess! Nein! Stopp! Iss mich nicht mehr auf! Ah! 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 Was geht's? Hier nur vor! Was? Oh! Das gibt's doch nicht! Ein Kuchen-Zombie! Kuchen-Zombie? Hosey, bist du da? Ah! Kuchen-Zombie! Kuchen-Zombie! Lauf! Lauft um eure Leben, Ponys! Äh, Hitch, darauf wirst du nicht weit kommen, Kumpel! Oh ja, gut gesehen! Lauft um euer Leben! Kuchen-Zombie! Kuchen-Zombie! Warte! Kuchen kennt meinen Namen! Hey, diese Hufi-Küre hab ich doch schon mal gesehen! Pip, bist du das? Wow! Ah! 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 Wow! Was für ein Auftritt! Warte, hast du im Kuchen-Fest gesessen? Warum hast du uns nicht gerufen? Oh, keine Ahnung! Vielleicht, weil ein gewisses Pony denkt, ich würde ständig unnötig um Hilfe bitten? Uh! Autsch! Pip, tut mir leid, dass ich dich damit verletzt habe! Ich dachte, es würde... Schon okay! Denn schließlich bin ich am Ende allein herausgekommen und das ohne Hilfe! Ja, das stimmt! Kein anderes Pony wäre jemals auf diese Idee gekommen! Yep! Bedeutende Ideen sind total mein Ding! Und... Fertig! Äh... Ich erkläre Rufus zum Gewinner vom ersten und definitiv letzten! Kuchenbettessen vom schönen Maritime Bay! Hä? Unfair! Mein Kuchen ist weggelaufen! Süßes oder saures! Danke! Süßes oder saures! Danke! Süßes oder saures! Danke! Süßes oder saures! Danke! Hey! Fies! Haben wir etwas Falsches gesagt? Nein, nein, nein! Nicht hier, Sparky! Überall! Aber nicht hier! Tja, Zeit zu gehen! Meine Blumen sind... Spaghetti! Sparky! Sämtliche Ponys wissen, dass ich von Pasta... Der kleine Drauche macht wahnsinnig schmackhaft in Nudeln! Ich sollte... gehen! Ah! Ah! Nicht mal ein Erdbeer-Swirl-Smoothie kann mich heute Abend aufheitern! Ich will doch nur einen richtigen nächtlichen Gruselnacht-Spuk! Albtraum! Pip, die Nacht ist noch jung! Wer weiß schon, welcher Spuk hinter der nächsten Ecke noch auf uns lauert? Bitte! Erdponys erkennt kein Spuk selbst wenn... Wie ich bereits gesagt hab, Erdponys und... Einhörner müssen noch eine Menge lernen, um spuktakuläre Vibes zu erschaffen! Ich meine, zuerst braucht man ein verlassenes Haus mit super knarrenden Bodenbrettern, dann muss es jede Menge Spinnenweben geben... Oh, gut! Diese dummen Ponys haben den Drachen bei sich! Nun hol ihn für mich, Misty! Er besitzt das Drachenfeuer, das ich benötige! Und Misty? Enttäusche mich nicht! Oder sonst! Und die Musik sollte ungefähr so klingen! Oh, Verzeihung, das wollte ich nicht! Oh, schon in Ordnung! Bis dann! Ein echtes Geisterhaus? Genau davon habe ich die ganze Zeit gesprochen! Kommt schon, Ponys! Das hier ist exakt, was wir brauchen! Bereit für den Spark? Sparky! Warte! Bleib bald mit! Denkt ihr, in dem Haus wird's dunkel sein? Du wirst doch keine Angst im Dunkeln haben! Oder, Sheriff? Wer? Wer? Nee, und kein Huf! Bleib einfach an meiner Seite, Izzy! Ich beschütze dich! Sparky! Es ist so dunkel! Ich sehe ja nicht mal meine Hufe! Sparky! Sparky! Wo bist du? Pip, hat er recht! Das macht Spaß! Ja, genau so, kleiner Drache! Bring uns das Drachenfeuer! Wir warten auf dich! Hier lang! Ist das Knoblauchbrot? Misty, konzentrier dich! Oh je, der haut einen ja regelrecht um! Ah! Ah! Hol mir diesen Drachen, Misty! Verstanden? Oder du kannst deinem Schönheitsschweck schon mal auf Wiedersehen sagen! Meint ihr das ernst? Seht euch diese Spinnenweben an! So aus der Mode! Nicht wahr, Sparky? Oh nein! Sparky? Sparky! Seht mal Ponys! Ich stecke hier fest! Jetzt Misty los! Nach all den vielen Monden ist das Drachenfeuer endlich in meinem Besitz! Worauf wartest du noch? Schnapp ihn dir! Alles muss man selbst in die Hufe nehmen! Das ist kein gutes Zeichen! Oh nein! Keine Sorge, Opaline! Ich krieg ihn! Sparky! Warte! Schalt den Gang runter! Ich finde mein kleines süßes Drachenbaby nie wieder! Oh, hey Sparky! Warte, was? Oh, Huf sei Dank! Lasst uns abhauen! Habt ihr Pony Sparky gesehen? Ähm... Nö... Aber... Sorry! Pip! Ein Ponygeist! Lauft! Das ist total spuktakulär! Drei Tickets bitte! Pip sagte, es wäre spuktakulär! Was hab ich nur getan? Warte! Aufhören Ponys! Die Husche werden gleich! Oh! 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 Oh... Oh! 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 Das war's. Ihr Ponys braucht offensichtlich eine Auffrischung bezüglich der 3S der erfolgreichen Ponyaufzucht. Was sind die 3S? Äh, weißt du, mein narrensicheres System für perfekte Drachenaufzucht. Äh, Nummer 1, Sicherheit geht vor. Ja. Und Nummer 2, keine Snacks. Oh, Spaghetti-Snacks? Und 3, achte darauf, dass du ihn immer siehst. Warte, wo ist der? Sparky? Sparky? Auf deinem Kopf, Sheriff. Na klar, das war nur ein Test. Und du hast bestanden. Ein Moment. Das sah aus wie Drachenfeuer. Wenn ich ein paar pikante Details über Sparkys Drachenfeuer bekomme, hört Opaline vielleicht endlich auf, darüber zu reden. Besorg mir das Drachenfeuer. Ja. Ich wusste es. Mit dem Drachenfeuer werde ich das mächtigste Feuer-Elihorn aller Zeiten sein. Ha! 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 Drachen... Feuer... Die gefahrenfreie Wache ist Sheriff-Sache. Das reimt sich. Oh, weil du die Schränke mit Sicherheitsschlössern verriegelt hast? Äh, nö. Eher weil ich die Befehlsgewalt über eine 6-Punkte-Laser-Alarmanlage habe. Dann noch die spitzen Objekte. Sorgt dafür, dass sie weggeschlossen sind. Und natürlich überwacht. Nützlich und einfach. Zum Schluss müsst ihr noch alle harten Ecken und Kanten folstern. Seht ihr? Keine Verletzungsgefahren mehr. Au! Wow! Kein Wunder, dass Opaline Drachenfeuer haben will. Seine Kraft ist so mächtig. Nix! Die Main Street ist der beste Ort, um das zu üben, was ich Snack-Widerstandstraining nenne. Sparky muss versuchen, die... Ha! 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 Wie ich schon sagte. Er muss versuchen, den... Ha! 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 Ist ein Lernprozess. Dieser Lernprozess schmeckt nach Blaubeeren. Ähm, Hitch? Was sagtest du, wofür das dritte S steht? Achte darauf, dass du ihn immer siehst. Ha! Wo ist der hin? Wo ist Smarky? Wir müssen ihn finden. Izzy, check den Strand. Zip, Observation von oben. Sunny, du fährst mit den Skates und suchst ihn einfach. Zip, Observation von oben. Ich bin nicht mal in der Lage, auf einen Babydrachen aufzupassen. Smarky! Huf sei Dank! Ich war so besorgt. Ich dachte, du wärst ins Meer gefallen oder in einen Kuchen eingebacken worden oder... Sieh auf das Einhornhäschen, Hitch. Sieh auf das Einhornhäschen. Ha! Na geht doch. Entschuldigt, Ponies. Ich will doch nur ein toller Drachendead sein. Hitch, du bist ein toller Drachendead. Sieh doch nur, wie gut du dich um Sparky kümmerst. Aber wenn du mich fragst, solltest du versuchen, einen Gang runterzuschalten. Sunny hat recht. Sparky mag ein Baby sein, aber er hat echt was auf dem Kasten. Danke, Poniefreunde. Und ihr habt recht. Ich muss weniger kontrollierend sein. Hey Sparky, es tut mir leid, dass ich so... Sparky? Sparky nein! Ich liebe es. Doch was ist mit dem? Oder dem? Oder das? Oder huu, was ist hiermit? Total mein Ding. Ich liebe es. Gute Wahl, Dahlia. Einfach hier entlang. Ich stehe auf alle deine Designs, Jess. Oh, die gehören nicht mir. Ich kopiere sie nur aus einer riesigen Sammlung von Hufiküren. Ich habe bisher noch nie ein eigenes Design entworfen. Uh, diese Hufe sind wunderschön. Dürfte ich die bei Ponygram hochladen? Traut euch was zu, lasst das Neue geschehen. Hell leuchtet hier, euer Licht könnt ihr sehen. Oh, 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 oh. Ha, ha! Hey, ich brauch ne huftastische Hufiküre. In der Kristallteestube ist heute Musikabend. Hast du etwas Musikalisches? Etwas Musikalisches? Dann wollen wir mal sehen. Äh, ich glaube, nichts ist nicht wirklich meine Farbe. Oh, oh. Nein. Äh, warte kurz. Oh, nein. Die Designs. Ich glaube, ich hab sie aufgebraucht. Kein Dingy. Ich nehm einfach das gleiche wie Rufus. Dann wären wir Hofkumpels. Keine Chance, Izzy. Kein Pony mit Stil würde je mit demselben Design herumtraben. Rufus hat recht. Wenn ich keine Designs habe, kommt kein Pony mehr für eine Hufikürens, mein Marodi. Oh, keine Sorge, Jess. Überleg die doch einfach neue. Das ist es, ja. Ich weiß nicht wie. Ich hab sie bisher immer nur kopiert. Und jetzt sind alle weg. Was soll ich bloß tun? Ha, halt dich an mich. Ich weiß ganz genau, was du brauchst. Jess Hoops, du hast eine Verabredung mit dem Schicksal. Dem Schicksal? Bereite dich darauf vor, dein Verstand vollkommen zu verlieren. Spürst du die künstlerischen, kreativen Vibes, die durch deinen Körper hindurchfließen? Oh nein! Oli spielt den falschen Song. Warte kurz, gleich kommt es. Ich liebe es, wenn sie ihr eigenes Ding durchziehen. Wow, das ist ja einfach unglaublich. Also das nennt man wohl kreative Inspiration. Manchmal muss man eben alle Regeln über Bord werfen, um etwas Neues zu kreieren. Siehst du, jetzt spürst du es auch. Nun musst du nur noch dieses Gefühl nehmen und lass es in deine Kunst fließen. Wow, vielleicht kann ich ja wirklich meine eigenen Rufiküre-Designs entwerfen. Natürlich kannst du das. Und ich kenne genau die richtigen Versuchsponys, an denen du üben kannst. Lasst uns loslegen! Halt dich nicht zurück! Ruhige deinem Herzen. Lass deine innere Künstlerin frei. Traut euch was zu, lasst das Neue geschehen. Hell leuchtet hier euer Licht, könnt ihr sehen. Hört die Männer, Melodie. Hey! Hört die Männer, Melodie. Jess, woher wusstest du das? Den drei Bärenmix mag ich von allen am liebsten. Ka-tschau! Hoch die Hufe! Ich glaube, da bahnt sich ein exklusives Huf-Enthüllungs-Video an. Vielen Dank, Izzy. Ohne deine Hilfe wäre ich nie mutig genug gewesen, meine eigenen Designs zu entwerfen. Tja, scheint als würdest du jede Inspiration brauchen, die du kriegen kannst. Zieh dir das rein. Ich bin froh, dass du das dann zugleich bekommst. Ich bin froh, dass du das dann zugleich bekommst. Hey, also, deine Hufe sind der Wahnsinn, Izzy. Kann ich das gleiche Design wie Sie haben, Jess? Fantabellissimo! Endlich! Ein Huf-Konfi? Oh, kein Huf-Rufus. Jedes Pony bekommt sein eigenes, einzigartiges Design. Los, kommt mit! Ist das warten wert? Ist das warten wert?